Kapitel 1 Willkommen in Trüberbrook Kriege ich nicht hin Der Abschlüssel fehlt und wir haben einen Marderschaden an der Hauptleitung Ob das der Dieb gemacht hat? So, Vorschlag, ich halte hier die Stellung und versuche mein Bestes Schau du dich doch mal unten im Ort um Wir brauchen den Hauptschlüssel für die Seilbahn Und wir müssen irgendwie diese kaputte Hauptleitung überbrücken Kannst du dir das merken? Nein Ich versuche es mir zu merken Los geht's, das wird sicher ein Spaß Natürlich wird es das, natürlich Gut, dann machen wir mal weiter Ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach erst mal alles an hier Können wir was machen, Rekord Das Förderseil der örtlichen Seilbahn scheint intakt zu sein Wenn gleich es jede Form von Gondeln oder Förderloben vermissen lässt Ein Geruch von Öl und Erde liegt in der Luft Na Was ist das jetzt? Man kann über das ganze Tal schauen Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis Vielleicht kommen wir da ja noch hin Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal An die Reden gelehnt, die Nase im Wind Kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen Ich bin mal gespannt, ob von ihr gleich noch ein Kommentar kommt Weil die ist ja auch nur dabei, mit dem Hammer auf das Ding einzuschlagen Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist Es leuchtet rot Da können wir es recht haben Man braucht wohl erst einen Schlüssel, um die Anlage starten zu können Genau, du Superhirn Hast du schon im Dorf rum gefragt, ob ihn jemand hat? Dass sie immer so ungeduldig sein müssen, die Frauen Immer so ungeduldig So, gucken wir uns mal die Kabel an Stark Strom Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen Äh, ja, ich weiß nicht, ob man daran so Ob man das machen sollte, tun sollte Alles okay? Hast du Hirnschäden? Hast du Hirnschäden? Keine Antwort, ich weiß nicht, ob ihm das so gut tut Wie bekannt, haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben Der Dicke des Kabels nachzuurteilen Als Ausweg blieb ihm nur der Tod Ah, was haben wir denn hier? Ich frage mich, was das ist Hm, verschlossen Ist ja ein Ding So Hier können wir hier, hier können wir mal luschern Der alte Generator läuft auf Hochtouren Es schlagen schon Funken raus Okay Also Strom kommt auf jeden Fall an anscheinend Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen Vielleicht sind ja noch welche drin Oh, Karton können wir mitnehmen Gut, wozu auch immer Ach, wahrscheinlich ein Karton, damit wir den ganzen Kram hier hochschleppen können Wahrscheinlich, ne? Oder? Vielleicht Hallo? Jemand da? Was war das? Na, soll die Telefonzelle so eine kleine Hommage sein? Na, so ein kleiner Hinweis Weil hier steht ja auch nicht einfach so eine Telefonzelle, oder? Soll hier oben standardmäßig eine Telefonzelle stehen? Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer Ja, dann lusch er doch doch mal rein Man muss eine Münze einwerfen Na klar, aber eine Münze hat er natürlich nicht dabei Nein, ist klar, der große Doktor hat natürlich keine Münze dabei Man muss eine Münze einwerfen Hast du eine Münze dabei? Wegen der Seilbahn Was der Dieb wohl mit der Abhandlung will Und sagt, wann bist du hier? Tschüss Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will Kann ich der Hellste gewesen sein? Wer soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen? Wahrscheinlich jemand, der durch die Zeit reisen will Ich weiß es nicht Wegen der Seilbahn Achso Wurde brauchen wir nochmal eine Schüssel Was war nochmal das Problem mit der Stromleitung? Und da willst du echt hochfahren? Hast du etwa Angst? Was wir da finden, könnte für das Anthropologische Institut von großer Bedeutung sein Komm schon Und die Seilbahn sieht doch ganz stabil aus Was genau ist das für ein Kult, den du da suchst? Ein proto-germanischer Kult Hier in den Bergen Proto-germanisch, also vor den Germanen Jedenfalls sollen diese Proto-Germanen hier eine heilige Stätte gehabt haben An der sie mit ihren Göttern in Kontakt getreten sind Cool, oder? Voll geil Äh, waren die denn gefährlich? Und dieser Kult? Waren die gefährlich? Tenhauser, die sind alle längst tot Das mit den Geistern, das war ein Witz, okay? Okay Ja, aber es war ja einer da, offensichtlich Wenn das mal nicht ein Zeitreisender gewesen ist Äh, wir können erst mal auf einen Kaffee trinken gehen Wir könnten erst einmal einen Kaffee trinken gehen Tenhauser, ich habe das Gefühl, dass du nicht 100% hinter unserer Mission stehst Es ist sehr wichtig für meine Forschung, dass ich auf diesen Berg hinaufkomme Und vielleicht finden wir dort ja auch deine Aufzeichnungen Aufzeichnungen? Du meinst zeitloses Meisterwerk? Oh Gott Äh, ich überlege mir was Okay, ich überlege mir was Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Was ich noch fragen wollte? Seit wann bist du hier? Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern Kommt mir aber länger vor Und erst der Nahverkehr Servicewüste Deutschland Ihr habt es gesagt Servicewüste Deutschland Ja, so ist es Äh, wie bist du denn hergekommen? Wir haben ja mit dem Bike, das wissen wir Warum ausgerechnet Trüberbrock? Wie bist du überhaupt auf Trüberbrock gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört Aber ich bin ja auch nicht von hier Ich habe schon länger versucht Den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren Und als ich ihn gefunden hatte Habe ich mich sofort auf die Socken gemacht Die Leute hier sind nett Aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ja, irgendwas stimmt nicht mit denen Ich wurde freundlich aufgenommen Jetzt, wo du sagst Ja, irgendwas stimmt nicht mit denen Irgendwas stimmt nicht mit denen Erzähl mir was von dir Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, hm? Aus den Vereinigten Staaten von Amerika Und wo genau? Woodinville, Washington Hm, nie gehört Irgendwas Größeres in der Nähe? Seattle, schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich Da bin ich mal lang gekommen Du warst in den Staaten? Ja, einmal Ist aber schon ein paar Jährchen her Eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da Aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt Und bin länger geblieben Hm, erzähl mir mehr Länger? In New York City? Na, nicht die ganze Zeit Kleiner Roadtrip Erst die Neuengland-Staaten Boston, Waterville bis rauf zum Mooset Lake Mount Caladino und so weiter Dann Durch Kanada und den Mittleren Westen Montreal, Toronto, Detroit, Chicago Immer weiter und weiter Dann Washington State Da bin ich irgendwie hängen geblieben Oregon Runter nach San Francisco Oh, das waren noch Zeiten Hui Ja, da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen Ne, das glaube ich nicht Und da studierst du? Nein Studiert habe ich an der Ostküste An der Cornell, Ithaca Bei Dr. Schrödinger Sagt er dir was? Ah Na klar Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland Verstehe Austausch? Nein Eigentlich ist das Zufall Ich habe die Reise gewonnen Gewonnen Frag mich nicht Ich habe an keinem Gewinnspital genommen Hm, hm, hm Interessant Aha So, so Gewonnen Und sie haut weiter mit dem Hammer drauf Na gut, lass uns mal nach unten gehen Lass uns mal nach dem Zeug suchen Wir brauchen Schlüssel und wahrscheinlich Kabel und diverse Sachen Aber am besten gucken wir überall einfach mal vorbei Irgendwas finden wir da schon Oh Gott, wer ist er denn? Ach, grüne Leute Erst mal hier gucken Eigentlich ein ganz schöner Tisch Seien Sie vorsichtig Der Tisch wackelt ganz schrecklich Ja, auf drei Beine Ja, auf der vierte ist er auch da Puh, wir sind schon gut Ob wir verzweifeln werden, da bin ich mir sicher Aber schauen wir mal Bleiben Sie lieber auf Abstand Der Tisch wackelt so schlimm Naja, da würde ich uns schon nicht abschlagen Dieser Tisch Er wackelt Hier geht einfach alles den Bach hinunter Guten Morgen Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier Wie geht es Ihnen? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier Es ist ein Trauerspiel Wie der Ort vor die Hunde geht Alles geht den Bach hinunter Genau wie dieser wackelige Tisch Was hat er mit seinem Tisch? Guten Morgen Der Herr? Ja, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ach, fragen Sie nicht Selbst der Cognac will mir nicht zurechtschmecken So wie dieser grauenhafte Tisch Immerfort wackelt Vielleicht sollen wir den Tisch erstmal reparieren Damit er Ruhe gibt Guten Morgen Der Herr? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich Er macht mich noch wahnsinnig Gut, also müssen wir wahrscheinlich erstmal so wie sich das anhört Erstmal den Tisch reparieren Bleiben Sie lieber auf Abstand Der Tisch wackelt so schlimm Damit er vielleicht mal ein bisschen was erzählt Ich glaube, wenn wir nochmal hier hinten was gucken Kann ja sein, dass wir vielleicht noch was einsammeln können müssen Ach, guck mal an Was haben wir denn hier? Als er in einem Blitz eingeschlagen ist Hilarius, der unberatene Magra von Trüberbrook Bezwinger des Drachen Retter von Trüberbrook Im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini Sieht aus, als hätte hier letzte Nacht der Blitz eingeschlagen Sag ich doch Sieht immer noch stabil aus Aber leicht verprügelt Mehr haben wir hier nicht Das Schild ist aber auch neu, oder nicht? Wo steht denn da? Herzlich willkommen Sie unsere Genießen Sie Genießen Sie unsere hausgemachten Eisspezialitäten Können wir hier nochmal rein duschern? Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alte Nachbarschaft Oh, nichts Neues Ne gut, okay Das heißt, wir müssen dann doch erstmal Wieder ins Hotel In die Pension Hier ist auch nichts zum Reparieren Ach, warte mal Hier oben können wir doch irgendwie Da hängt ein Kleiderbügel an der Leine Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst Ja Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt Ja Siehst du, da können wir das Das sieht doch schon wieder ganz anders Was ist das denn da oben? Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube Hm Okay Man lernt ja nicht aus Gehen wir mal rein Ich glaube, das Spiel will, dass du einen Tisch reparierst Das habe ich mir nämlich auch gedacht Das denke ich schon Man erzählt uns wahrscheinlich nichts Äh, die Zeitung kommt uns mal angucken Trüberbrook 998 Jahre Trüberbrook Ein wundervolles Fest für einen wundervollen Ort Unser geliebtes Trüberbrook-Ortsvorsteher J. Biershock Trüberbrook Im Jahre 969 Arno Domini wurde unser schönes Dorf zum ersten Mal urkundlich erwähnt Während wir gemeinsam der großen Tausend entgegenfiebern sind 998 Jahre immerhin ein fast runder Geburtstag, den man gerne feiert Der Trüberbroker Tribun und die Werbegemeinschaft möchten euch einladen Gemeinsam ein Rauschtes Fest zu feiern Die Feier steigt am 1. September Und das ist vom 4. August Okay Die Zeitung Er sagt immer, wie jedes Jahr am Denkmal von Heinz Erebus Erdmann Von, äh, von Übelgönnel Übelgönnel, ne, ja Dem legendären Gründer unseres Geburtstagskindes Okay Wir freuen uns besonders darauf für das neue Jahrgangsfestchen Bolzenschuss Ja, okay Bolzenschuss Mit euch anzustechen und zum Auftritt einer ganz besonderen auswärtigen Musikkapelle Deren Name an dieser Stelle noch nicht verraten wird Das Tanzbein zu schwingen Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Tombola mit vielen tollen Gewinnen Der Hauptpreis ist eine ganztägige Tretbootfahrt auf der Trüben Auf der Trübenlanke Mal für Trübenlanke Gesponsert vom Souvenirgeschäft Hades Gefeiert wird mit Freunden, Verwandten und Nachbarn bis tief in die Nacht Wer da nicht dabei sein will, ist selber schuld Neuer Busfahrplan Trüberb Trüber Die Verbalen Ausrutscher unseres Bundespräsidenten Ab September kommt der Postbus wieder nur zweiwöchentlich Achso, wieder nur zweiwöchentlich Das ist ja doch überschaubar Wenn ihr also auf ein Päckchen wartet Oder euch einfach nur auf einen Plausch mit der guten alten Ramona mit ein Herzchen treffen wollt Müsst ihr euch bald wieder zwei statt einer Woche gedulden Wie immer gilt der Plan bis zum Mai des Folgejahres Rüberproken um 969 Künstlerische Darstellung Sieht eigentlich genauso aus wie heute eigentlich auch Nur mit ein, zwei Hütten mehr dazu Schauerlicher Fund im Moor Ich weiß jetzt nicht, ob diese Markierungen, ob die immer wichtig sind Ramona Der alten Ramona ist ein Herzchen dran gemalt Und die Frage ist ja auch, ob das unser Gretchen gewesen ist Steht die auf Ramona? Ah, will sie vielleicht Naja, wo war ich das schon? Schauerlicher Fund im Moor Trüberbrock Düssel Da staunte der kleine Peppi Söhnchen unserer allseits beliebten Souvenirverkäuferin Penelope Hades auch nicht schlecht Beim Spielen im Moor fand er einen waschechten Knochen Nachdem er sich dort unerlaubt aufgehalten hat, dauerte es ein paar Tage, bis er sich seiner Mutter anvertraute Der Knochen wurde den Behörden übergeben und wird zur Zeit untersucht Wir bleiben an der Geschichte dran Wahrscheinlich steht da Können wir hier noch? Ne, können wir nicht Was haben wir da? Ist das? Ein Untersetzer Was war das, ein Untersetzer? Oder die habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen Quatsch mal mit ihr mal Sie ist die Wirtin des Gasthauses Ja, vielleicht hat sie Nur ein paar Informationen Guten Morgen Morgen, Herr Tenhauser Ich möchte einen Raum melden Ein schönes Etablissement nennen sie hier eigen Was hat es mit der alten Seilmann auf sich? Ich werde erstmal ein schönes Etablissement Ein schönes Etablissement haben sie hier Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen Aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter Okay, wie läuft das denn in der Saison bis jetzt? Ihre Tochter schaut wohl gern fern Achso, dann wird die wahrscheinlich hier im Bocken Was ist aus ihrem Bruder geworden? Was ist denn aus ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert Am Ende hat der Tauge nichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert Und sich aus dem Staub gemacht Wie läuft denn die Saison bis jetzt? Als einziger Geist habe ich mich gefragt Wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt Ihre Tochter schaut wohl gern fern Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf So ein Unsinn, oder? Kann ich sonst noch was für sie tun? Ich möchte eine Raub melden Ich könnte ein Bier vertragen Ich möchte einen Raub melden Wir machen was mit dem Ich möchte einen Raub melden Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren Danke Ich werde Sie auf dem Laufenden halten Können Sie mir sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz Bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat Freiherrn von Sülz Wer ist Freiherrn von Sülz? Was war das für ein Bergwerk? Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen? Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium Kooperative oder so ähnlich Sehr dubiose Gesellschaft Die haben Verbindungen bis ganz nach oben Wenn Sie wissen, was ich meine In die höchsten Gefilde der Macht Wonach wurde dort geschürft? Eine alte Silbermine Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte Ist schon ein paar Jahre her Damals, als es noch Arbeit genug für alle gab Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen Und dann einfach dicht gemacht Da haben die wahrscheinlich irgendwas gefunden, was kein anderer finden soll Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden Wer weiß das schon so genau Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks Okay, das ist schon mal sehr mysteriös Und warum haben Sie das Bergwerk dicht gemacht? Ah, da gibt es die wildesten Spekulationen im Ort Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser Aber keiner weiß, was genau ist Wenn Sie mich fragen Ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben Sehen Sie ja selbst Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks Philanthrop und Kunstmizzen Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben Von Sülz Naja, jedenfalls Als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat Lies ihn auch die Baronin allein Und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen Das ist aber jetzt nicht der Fuchs, der hier rumläuft, oder? Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Naja, gut, komm Und nochmal Hatten wir noch was frei? Können wir ein Bier vertragen Kommt ein Bierchen, oder? Trude, machen Sie mir ein Pilzbier, bitte Sekunde, Professorchen Hat das alles gleich da, oder wie? Alles in einem Sie ist die Wirtin des Gasthauses Stimmt genau Stimmt genau Guten Morgen Morgen, Herr Tenhauser Ich denke, wir können jetzt ein Bierchen Wegen der Seilbahn Bierchen trinken Klar, was möchten Sie noch wissen? Genug gehört Danke Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich muss weiter Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen Übrigens Das Buffet ist eröffnet Bitte, bedienen Sie sich Oh ja, ich möchte jetzt mal ein Bierchen Hier, ich will mir mal ein Bierchen trinken Da Gibt's ja wohl nicht mehr Frühstücksbier Hoch Wie nicht Echsen Okay, warte, doch nichts Und noch und noch Neuer Bierchen Irgendwie so ein Sammelsurium Morgen, Herr Tenhauser Ich muss weiter Na gut Wie zu Hause, Professorchen Da werden wir nochmal mit der Lütten quatschen Die wird ja noch irgendwo rum oxidieren Ach, die ist ja noch ganz Ja, mit Fliegen Da geht man auch gerne bei Wo diese Tür wohl hinführt Abgeschlossen, ne? Verschlossen Ja Science Diction Irgendwas mit Raumschiffen Sie sieht konzentriert aus Hi Sehr konzentriert Sie ist wie in Trance Hi Sie ist wie in Trance Dann wollen wir sie mal beschneigern Bitte nicht da stehen Was? War keine Absicht Doch was? Was guckst du denn da? Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda Du lebst vor hinterm Mond Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen Okay Ich habe dich noch nie hier gesehen Bist du auch aus einer anderen Welt? Ja Kommt wohl auf die Perspektive an Mein Name ist Hans Ich komme gerade aus Berlin Hallo Hans Ich bin Leni Meine Mama gehört das Gasthaus 70.000 Lichtjahre von zu Hause Entfernt Ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega 3 gestrandet Ist Berlin auch im Sternensystem Omega 3? Das ist Mafiosi Das ist nicht so Jetzt habe ich leider nicht aufgepasst Omega 3 sind Fettsäuren Ach so ein Quatsch Kommando Aurora Die Stark-Kybernetikerin Sucht einen Weg nach Hause Und was ist dein Beruf? Bist du auch Stark-Kybernetiker? Bitte was? Ähm Ach komm Ich bin Quantenphysiker Quanten was? Ich werde jedenfalls Stark-Kybernetikerin Nur Commander Aurora kann mit ihren Spacebeams die bösen Rolonia in Luft auflösen Und habt ihr Berlinale ja auch besondere Fähigkeiten? Berlinale Kannst du auch Sachen verschwinden lassen? Ich kann Unmengen von Süßigkeiten verschwinden lassen Wenn du das Geld auf mein Sparbuch meinst Neugierige Kinder kann ich verschwinden lassen Nein, sowas geht auch gar nicht Ich kann Unmengen von Süßigkeiten verschwinden lassen Das kann ich auch Bleiben Sie an den Empfangsgeräten Wir setzen das Programm nach der Reklame fort Mein Onkel konnte auch Sachen verschwinden lassen Ich weiß auch wo Aber ich darf es keiner Menschenseele sagen Doch, sag mal Bleib unser Geheimnis War dein Onkel Zauberer? Was muss ich tun, damit du es mir verrätst? Was muss ich tun, damit du es mir verrätst? Hm Da fällt mir nur eins ein Kannst du beweisen, dass du kein Erdling bist? Oh Gott Ich lasse mir was einfallen Wreck Hier, mit diesem Sternentagebuch Stehe ich in Kontakt mit meiner Heimatwelt Eintrag Habe soeben das Menschen Kind Leni getroffen Sie ist Hüterin eines Geheimnisses Ist das wirklich ein Sternentagebuch? Darf ich auch mal? Gern Hier spricht Leni vom Planeten Erde Mein Onkel hatte ein Geheimversteck Unter der losen Diele in Zimmer 3 Zimmer 3? Da wohne ich doch Zimmer 3 war früher das Zimmer von meinem Onkel Heinz Und wo ist dein Onkel jetzt? Eine Mama sagt, er lebt jetzt auf dem Planeten nichts Nutz Nichts Nutz Ja, gut Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht Ja Achso, wir dürfen nicht quatschen Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht Na gut Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr Äh, was stimmt denn mit dieser Uhr nicht? Irgendwas, was man sehen kann? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase Ein Teil der Farbe blättert ab Irgendwie poetisch Hm, poetisch So, wollen wir noch was? Ich mein Ach Mit den ganzen Fliegen hier Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Gucken wir uns das erstmal an Da sitzt Eine Made Da sitzt Die macht sich richtig wohl Dann hauen wir doch mal einen Schlag rein Rack Man serviert hier im Ort gerne deftige Hausmannskost Wie mir auffällt Haben ein paar Maden hier ein schönes Zuhause gefunden Also soll das tatsächlich schon Frühstück sein? Oder Keine Ahnung Das sieht mir so aus wie ein Braten oder sowas Ich rette dich Kleiner Freund Ja gut Dann nehmen wir jetzt eine Made mit Ja Ja gut Äh Äh Moderne Küche Mettigel Toast Hawaii Käsespießchen Sieht ein bisschen oll aus Sieht ein bisschen oll aus Notiz an mich selbst Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt Äh, ja Auf Ewigkeit Eine Fischdose oder sowas Ja das habe ich schon gesehen Da wollte ich auch nochmal hin Aber wir machen erstmal eins nach dem anderen Ich möchte das Buffet nicht einpacken Es gehört eigentlich direkt in den Müll Aber Ich liebe Käsespießchen Sieht so Ein Käsespieß können wir jetzt auch nochmal einsammeln Sehr gut Äh Ja Was liegt hier unten? Erstmal gucken Die Dose muss vom Tisch gefallen sein Hm Nimm natürlich auch mit Wir nehmen alles mit Können wir noch was anderes? Ich möchte das Buffet nicht einpacken Es gehört eigentlich direkt in den Müll Okay Sonst können wir hier glaube ich nichts machen Ne Rack Gut Mehr geht hier nicht Mettigel Toast Hawaii Käsespießchen Sieht ein bisschen oll aus Dann würde ich mal sagen Dann gehen wir erstmal nach oben Gucken erstmal nach unser eigenes Zimmer Da sollten wir uns ja die dritte Diele mal angucken Äh die Diele mal angucken Die Lose Die Lose Die Lose bis schon mal hier Vielen Dank.